Mach erstmal eine Ausbildung oder ein Studium, damit du was in der Hand hast. So, das was ihr von morgens bis abends hört, kommt, es kam auch bei mir von hier nicht ins Gehirn rein. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich gehört hab und bis es dann von hier, hier rein gewandert ist. Krank zu sein ist doch ganz normal. Da wollen die dich hinziehen. Da bist du schon weiter als 90% da draußen. Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Ihr habt mir alle auf Instagram geschrieben, der erste Schritt aus dem Hamsterrad raus ist der allerschwerste. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber sprechen nach dem Intro. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil gerade dieser erste Schritt aus dem Hamsterrad ist wahrscheinlich der schwerste. Und weißt du, warum es so schwer fällt, diesen ersten Schritt zu machen? Weißt du, warum, obwohl man weiß, ich werde 30 Jahre in einem Job bleiben, den ich eigentlich nicht mag. Vielleicht hasse ich ihn sogar und will nicht hingehen. Ich freue mich aufs Wochenende oder wenn ich einmal im Jahr Urlaub habe. Aber ich gehe trotzdem immer weiter hin. Und meine Aussicht ist, vielleicht in 10 Jahren 5% mehr zu verdienen und in 30 Jahren kriege ich eine Rente von 500 Euro. Da würde doch jeder, der jetzt logisch drüber nachdenkt, Moment mal, ich hasse den Job, mach den 30 Jahre und kriege dann 500 Euro als Rente. Das ist kein guter Deal. So, da würde doch eigentlich jeder starten, oder nicht? Aber weißt du, warum du nicht startest? Weil du noch nicht den Like-Button gedrückt hast und das Video noch nicht geliked hast und dem YouTube-Gott gezeigt hast, dass dieses Video vielleicht relevant ist für dich. Und deswegen mach das erstmal, bevor ich dir das verrate. Und abonniere natürlich den Kanal und drück die Glocke. Weißt du, warum? Weil die Evolution ist nicht dein Freund in Bezug auf langfristige Ziele. Der Körper, du, die Evolution sagt, wir müssen jetzt überleben und Schmerz vermeiden. Jetzt, in diesem Moment. Deswegen, wenn du rauchst, dann bist du so entspannt, weil das erste Mal am Tag atmest du mal tief durch, weil im Job hast du immer nur Stress. So, der Körper oder das Gehirn denkt nicht, ey, Moment mal, ich sterbe 10 Jahre früher, ich kriege Lungenkrebs, das ist echt ein scheiß Deal. Das denkt das Gehirn nicht. Das Gehirn denkt, ich möchte jetzt Entspannung. Wenn du dir Süßigkeiten reinknallst ohne Ende, dann denkst du, oh, das ist das Einzige, worauf ich mich freue, wenn ich von meinem scheiß Job nach Hause komme. Weil das Gehirn denkt, oh, gib mir jetzt die Befriedigung. Ich will jetzt Schmerz vermeiden. Mir doch scheißegal, ob ich 30 Kilo Übergewicht kriege, ein Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder was. Ist mir doch egal. Ich will jetzt in diesem Moment. Und das Gehirn sorgt immer dafür, dass wir jetzt in diesem Moment Sicherheit haben in dem, was wir machen. Also, wenn du jetzt denkst, dass du raustrittst aus deinem normalen Job und sagst, ich starte jetzt einfach mal was ganz anderes, dann ist es ja ein krasser Schritt, weil dann kannst du ja wahrscheinlich die Miete nicht mehr zahlen, dein Auto, die Versicherung nicht mehr zahlen und dann bist du ja richtig, keine Ahnung, obdachlos und wirst sterben. So denkt das Gehirn. So, und deswegen hält uns gerade der erste Schritt so krass zurück. Aber, was ich dazu immer sagen muss, ist, man kann alles nebenbei aufbauen. So, und wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, Cecil, hört sich ganz gut an, aber ich in meiner Situation, ich kann ja gar nicht finanziell frei werden oder gar nichts. Da muss ich immer wieder einfach faktisch sagen, es ist falsch, weil jeder kann es. Und ich weiß, du hast in der Schule und überall und jeden, den du fragst, und wenn du fragst, hey, kann ich eigentlich finanziell frei werden, werden dir von 100 Leuten 99 Zombies sagen, nein, du schaffst es definitiv nicht. Und das ist praktisch so indoktriniert, dass du das wirklich glaubst. Aber alleine der Fakt, dass wenn du vor 1997 1.000 Euro in Apple und 1.000 Euro in Amazon gesteckt hättest, hättest du jetzt 2 Millionen auf dem Konto. Hättest du jetzt 2 Millionen auf dem Konto, dann würdest du an Ausschüttung, wenn du es gut anlegst, ungefähr 12.000 Euro so im Monat haben. Wird dir das reichen? Ja, es wird dir reichen. Wärst du dann finanziell frei? Ja, du wärst dann finanziell frei. So, das hättest du machen können mit 2.000 Euro und einfach Zeit warten können. Aber warum hast du es nicht gemacht? Weil du nicht das Wissen hattest. Das ist der Punkt, wir haben nicht das Wissen und dann schrecken uns solche Sachen natürlich zurück und wir wollen nicht den ersten Schritt raus machen. Aber das kann man nebenbei aufbauen, weil das Ding ist und das ist so wichtig. Du hast, wenn du angestellt bist, hast du wie viele Wochenenden? Alleine schon 52 Wochenenden im Jahr. Dann hast du Urlaubstage, dann sind Krankheitstage, wo du trotzdem ja denkst. Du kannst auch, wenn du krank bist und zu Hause bist, krankgeschrieben bist, kannst du trotzdem denken. Also das heißt, wir haben eigentlich faktisch, wenn man angestellt ist, ein Drittel des ganzen Jahres frei. Und ich höre die ganze Zeit, ja nee, ich kann nicht aus dem Hamsterrad raus, weil ich habe ja keine Zeit. Doch, wir haben Zeit. So, und das ist genau das Ding, dass der erste Schritt ist wirklich erstmal zu realisieren, ich kann es. Daran scheitern schon 90%, weil ihr immer gehört habt, du kannst es nicht. Doch, du kannst es. Jeder kann es. Fakt. So, das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt ist, zu überlegen, okay, ich habe genug Zeit. Alle Menschen auf der Welt haben 24 Stunden, deswegen weiß ich ja, die dümmste Ausrede, die ich überhaupt haben kann, ist, keine Zeit zu haben. So, und das kann man nebenbei aufbauen. Ich habe neben Basket, neben Schule, habe ich vier, fünf Stunden jeden Tag trainiert, um Basketballprofi zu werden. Neben Basketballprofi, da habe ich fünf Stunden am Tag trainiert, habe ich mir was aufgebaut, weil ich nach der Karriere Personal Trainer sein wollte. Neben Personal Trainer habe ich Immobilienbusiness aufgebaut. Ich habe mich da reingefuchst, jeden Tag gelesen, Immobilien gekauft, gehandelt und so weiter. Neben Immobilien und Personal Training habe ich meinen Social Media, YouTube Kanal aufgebaut und da richtig Videos produziert und so weiter. Daneben habe ich die Nahrungsergänzung erstellt. Das heißt, du hast genug Zeit. Und alleine die zwei Schritte einmal zu realisieren, ich kann und dann, ich habe genug Zeit, da bist du schon weiter als 90% da draußen. So, und jetzt ganz konkret, ja Cecil, alles klar, ich habe es verstanden, ich kann, ich habe auch Zeit und so, aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Und da kommt es wieder zurück zu dem Wissen ansammeln. Das ist so wichtig, weil, ein Freund von mir verkauft Kabel. Jeder hat ihm gesagt nach der Schule, mach erstmal eine Ausbildung oder ein Studium, damit du was in der Hand hast. So, das, was ihr von morgens bis abends hört. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, nee, ich verkaufe Kabel. Hat die ersten Kabel selber eingepackt, zur Post gebracht. Zehnmal am Tag. So, ein paar Jahre später, heutzutage macht er 33 Millionen Umsatz. Muss ich, um Kabel zu verkaufen, besonders schön sein, ein Idealgewicht haben, gut aussehen? Muss ich vom Chef hören, ja, deine Fratze passt mir gerade, kannst hier arbeiten, deine Fratze passt mir nicht. Muss ich das alles? Nein, muss ich nicht. Wenn du im Internet zum Beispiel was verkaufst, musst du das nicht. Anderer Kunde erzähle ich auch immer auf Instagram, verkauf Feuerzeuge. Hat Häuser, London, Ibiza und so weiter. Ich habe ihm immobilienmäßig in Hamburg drei Wohnungen, glaube ich, verkauft oder zwei, drei, glaube ich. Und verkauf Feuerzeuge. Feuerzeuge. Meinst du, du bist schlau genug, weil du hast ja einen Kopf wahrscheinlich, Feuerzeuge zu verkaufen? Ja. Du kannst aus diesem Hamsterrad rauskommen, aber nur, weil du nicht weißt, wie es geht, hast du diese Angst davor. Ja, aber wo soll ich denn anfangen? Ich kann dir sagen, wo du zum Beispiel anfängst. Fang erstmal an, die Free Tour im Matrix-Prinzip zu gucken. Da erkläre ich nämlich, wie ich da rausgekommen bin. Weil ich habe vorher, das basiert praktisch auf 20 Jahren Erfahrung, ich habe es vorher auch nicht verstanden. Ich habe es gehört, aber es kam von hier nicht hier durch in mein Gehirn. Ich habe verstanden, Zeit gegen Geld zu tauschen ist kein guter Deal. Weil deine Zeit ist endlich. Du hast nicht mehr Zeit. Ob du 20 Euro die Stunde kriegst oder vielleicht 50 oder 80, ist egal. Du kannst nie viel mehr verdienen, du kannst es nicht skalieren. Dann, der wichtige Punkt ist, kann ich ortsunabhängig damit arbeiten? Konnte ich mit Personal Training ortsungebunden arbeiten? Nein. Konnte ich das mit Immobilien? Nein. Konnte ich das mit Basketball-Profi? Nein. So, und der vierte Punkt ist, kriegst du Termine vordiktiert. Sagt dir jemand, du musst jetzt morgen da sein, dann musst du da sein. Musste ich das beim Personal Training? Ja. Musste ich das beim Basketball? Ja, klar. Musste ich das bei Immobilien? Ja, irgendwie so halt. Aber ja, natürlich und ortsgebunden. So, das heißt, aus diesen vier Punkten rauszukommen, fängt im Kopf an. Zu wissen, ja, man kann das. Man kann zum Beispiel Feuerzeuge verkaufen, so wie der Kunde. Der ist nicht ortsgebunden. Der hat niemanden, der sagt, äh, um 15 Uhr möchte ich gerne das Feuerzeug haben. Kommst du vorbei? Nein, nein, sondern alles geht online. Es ist heutzutage alles online. So, das heißt, nicht ortsgebunden, keine Termine vordiktiert. Er kann das Business skalieren und er koppelt sein Geld nicht an Zeit. Das heißt, ob er jetzt ein Feuerzeug oder 50.000 an einem Tag verkauft, kommt nur darauf an, wie gut er sich mit Marketing auskennt. Und das ist Wissen und das kann jeder erreichen. Und egal, wie man aussieht, das Internet hat keine Vorurteile gegen dich. Das ist das Schöne. Aber es kommt, es kam auch bei mir von hier nicht ins Gehirn rein. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich es gehört habe und bis es dann von hier hier reingewandert ist. Das ist das Hauptthema, das Hauptproblem, was wir haben. Und dieses Video ist nur eine Ermutigung, weil ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja, aber Cecil, ich arbeite ja im Büro und was soll ich denn verkaufen? Ja, genau, das musst du lernen. Und es ist egal, ob du Feuerzeuge, Kabel oder Schuhe oder die Menschen kaufen den ganzen Tag über alles Mögliche. Es ist egal, was du verkaufst. Und das ist das Wichtige, dass ich dir wirklich sagen will, du kannst alles erreichen, weil das habt ihr wahrscheinlich... Schreib mal unten rein, ob du in der Schule irgendjemanden hattest oder auf deinem Weg, im Studium, die dir gesagt haben, hey, komm, ey, du kannst finanziell frei werden, du kannst dich abkoppeln vom System, ey, gib mal bitte Gas und so. Oder schreib mal rein, ob es eher, wenn du dich gesund ernährt hast, wenn du gesagt hast, ey, ich möchte mich jetzt dafür interessieren, ich will Geld verdienen im Internet oder egal, was du gesagt hast, sag mir mal, schreib mir mal unten in die Kommentare rein, ob die Leute gesagt haben, ja, das ist voll geil, mach das mal unbedingt, ich wünsche dir viel Glück. Oder ob alle gesagt haben, nee, also das funktioniert ja gar nicht, das kannst du dir gleich abschminken, was sind das für unrealistische Zielsetzungen, bla 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 bla. Schreib mal unten rein, okay? Ich habe ja immer Abstimmungen auf Instagram gemacht, folg mir auch unbedingt auf Instagram und es ist klar, was dabei rauskommt. Über 90% stimmen immer ab, dass man das nicht hat, solche Menschen um sich herum, sondern wenn du mit einer Tupperdose in die Arbeit kommst, dann sagen alle, äh, was ist das denn? Äh, nur so gesund, äh, kriegst du dann nicht Mangelerscheinungen? Ja, das sagen die, weil die fühlen sich scheiße. Wenn sie sich schlecht ernähren, äh, vielleicht Übergewicht haben dadurch, wenn sie das alles falsch machen, dann wollen sie nicht, dass du vorankommst. Sie wollen nicht, dass du Geld verdienst. Sie wollen nicht, dass du besser aussiehst, dass du vorankommst, weil das setzt sie unter extremen Druck. So, dann enttarnt es sie praktisch als Loser. Deswegen ziehen sie dich wieder zurück ins, ach komm, ist doch nicht so schlimm, essen wir jeden Tag Kuchen, macht doch nix, äh, Übergewicht ist doch ganz normal, krank zu sein ist doch ganz normal. Da wollen sie dich hinziehen. So, und dieses Video ist wirklich nur dafür da, dass du siehst, du kannst alles erreichen im Leben. Du kannst da rauskommen aus dem Hamsterrad. Du musst auf diese vier Punkte achten, die einen im Hamsterrad halten und du kannst alles da draußen erreichen, okay? Guck unbedingt die Free-Tour-zum-Matrix-Prinzip, weil da habe ich erklärt, wie ich es gemacht habe. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen. Ich mache nichts mehr, wo ich meine Zeit gegen Geld tausche. Mache ich nicht. So, meine Online-Coachings, da ist es egal, ob jemand ein Programm oder 5.000 pro Tag kauft, das ist egal, mit meinen Nahrungsergänzungen. Ob jemand ein Vitamin-D kauft oder 5.000, das ist egal. Es macht nichts an meinem Tag aus. Es macht keinen Unterschied. So, und das ist das Wichtige, dass du das verstehst und erst mal denkst, okay, ich kann was aufbauen. Okay, deswegen guck unbedingt die Free-Tour im Matrix-Prinzip. Und das war es erst mal für heute. Zeig dem YouTube-Gott unbedingt, dass dieses Video relevant ist. Folgt dem Kanal unbedingt und drückt die Like-Glocke. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war es für heute. Schreibt unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dann, euer Coach. Sessi. 2. 4. 4. 5. 6. 7. Vielen Dank.